Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus, dass Gott alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also dieser Vers ist idiotensicher. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, nur damit man wirklich versteht, dass es auch um wirklich jeden Menschen geht, jeder Mensch hat irgendeinen Funken, der ihm von Gott gegeben wurde, irgendeinen kleinen Funken Licht. Und wenn er auf diesen Funken Licht reagieren würde, würde er gerettet werden. Das ist, was die Bibel uns verspricht. Und es gibt immer diese Leute, die fragen, ja was ist denn mit dem Mann im Dschungel? Ja, mit dem Mann, der irgendwo in Afrika im Dschungel umherirrt. Wie soll denn der gerettet werden? Hast du da auch eine Antwort? Und ich habe eine Antwort darauf. Die Bibel verspricht uns, dass das wahrhaftige Licht, ja, Jesus Christus, jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Dieser Mann im Dschungel hat ein Licht von Gott. Er hat eine Ahnung von Gott. Und ich glaube sowieso nicht, dass es Menschen gibt, die den Namen Jesus noch nie gehört haben. Die Bibel sagt uns eindeutig, im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Gottes Wort bis an die Enden der Erde verkündigt wurde. Und nur um es wirklich Idioten sicher zu machen, sagt die Bibel auch im Propheten Jesaja mehrmals, dass sogar die Inseln das Wort Gottes gehört haben. Also was ist mit den Inseln? Nur die Inseln haben auch das Wort Gottes gehört. Auch die abgelegenen Inseln. Kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Dieser mysteriöse Mann im Dschungel, der noch nie was von Jesus gehört hat, der hat einen Funken Licht von Gott bekommen und er könnte darauf reagieren. Ich würde einfach die Gegenfrage stellen, warum ist der denn nicht wie die Sterndeuter? Warum ist der Mann im Dschungel nicht wie die Sterndeuter, der auf Gottes Licht reagiert? Der sich auf den Weg macht, um Gott zu finden. Gott zeigt ihm den Weg. Gott würde das tun. Aber wenn er es nicht tut, dann fährt er zur Hölle und Gott ist gerecht, wenn dieser Mann im Dschungel zur Hölle fährt. Gott ist zu 100% gerecht, wenn dieser Mann verloren geht, denn er hätte sein können wie die Sterndeuter. Er hätte sich auf den Weg machen können. Er hätte auf das Licht reagieren können, das Gott ihm gegeben hat. Das, was uns die Bibel verspricht, in Johannes 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Die Sterndeuter, die haben dieses Licht am Himmel gesehen. Sie sind dem kleinen Licht, das sie im Leben hatten, gefolgt und sind nach Israel gegangen. Was haben sie gefunden? Sie haben Errettung in Person gefunden. Sie haben ewiges Leben in Person gefunden. Sie haben Jesus Christus gefunden.